yo leute willkommen zurück zu paladins wir spielen makoa und mir ist mal aufgefallen dass alle meine skins runter sind von den charakteren also ich hab sie noch aber ich muss die immer neu ausrüsten deswegen muss ich mal gucken so meta makoa und ich liebe makoa also makoa ist wirklich eine meiner besten figuren und wenn das team halbwegs vernünftig ist habe ich eigentlich noch nie mit makoa verloren noch nicht einmal also wirklich das ist so ein geiler char finde ich deswegen muss sagen es macht echt laune den zu spielen was auch laune macht ist ohne refugium zu spielen aber das testen wir heute mal nicht jetzt kann ich auch wieder taggen nix flankieren ich gehe auf den spot und mach punch das schild und keiner greift mich an so wait what wo kann er mich denn sehen shit ist mich tot ne bin ich nicht weil ich habe das so hier kann er mich nicht treffen ja ist egal ist egal also das ist mir eigentlich relativ wurscht wenn ich nach dem erledigen meiner aufgabe down gehe ist mir das relativ wurscht fuck you also ich bin lava makoa ich bin elementar gesehen im vorteil dir gegenüber so hallöchen verdammig ist fleeting ist fleeting jawoll hallöchen danke so komm mal her zack so enemies behind us hallöchen ja ships wo ist er verdammt okay so you can live so dann würde ich sagen also der pip der macht das schon ganz gut der heilt mich schon sehr sehr weit hoch dürfte auch ein healer 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 deck sein mega drank hat er auf jeden fall weil er mir ja schon 2 4 einmal geheilt hat so so und jetzt wunderbar ich bin wieder voll nix da letztlich weg teleporten müssen so 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 und wunderbar also der pip kann mir mit einmal komm her danke wunderbar wunderbar so wo ist er was ich lebe noch und wir haben trotzdem nicht weiter pushen können egal shit happens also setzern i'm alone when flanking 3 people eh maiv what's up die guckt sich die map an die möchte die sehenswertigkeiten sehen nene 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 Nee Lava Makoa but so da bin ich mir nicht sicher und hopp you're god damn right jawoll So Ich glaube hier stehen Bis hier jemand was anderes sagt Hi Willst du wirklich weitermachen? You can live So Ich wollte die Ult eigentlich schmeißen Aber dann habe ich mir überlegt Nee, kriegst du so down Und dann hat mir die Kinesse in den Rücken geschossen War ein bisschen ärgerlich Muss ich ehrlich gestehen Nervt mich jetzt auch schon wieder so ein bisschen Dass ich da gedacht hab Zack Ja, der Tod findet dich überall So Hi, Kinesa Jawoll Hau ab Weicheier alles Alles Weicheier Weicheier hier Komm her Zack Und der haut ab Es geht mir nicht darum Äh, die Die, äh, zu damagen Ähm Was habe ich denn jetzt gemacht? Ah, ist egal Du bist nicht dafür ausgelegt Einen Schill zu durchbrechen Du bist dafür ausgelegt Äh Schnell die Kills zu confirm Tod Was? Okay Ist mir egal Fuck Ich komme hier nicht raus Ich komme hier nicht raus Ich möchte eigentlich Da Sehr schön Zack So Hallo Ja, komm her Komm her Komm her Komm her Komm her Jawoll Ich wusste es, dass du kommst Aber das ist gut Wir sind super dicht drin Wir sind super dicht drin Shit 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 Ja Nein Warum können mich zwei Leute verfolgen? Wenn unsere, ähm Flankerin Gerade an mir vorbei ist Wie geht das? Auf den Spot drauf, ihr Idioten! Also ganz ehrlich Idioten Ich könnte einen Meisterreiter nehmen Oder Veteran Ich glaube ich nehme einen Meisterreiter Also die Maeve habe ich gerade sterben lassen Ich glaube kaum, dass die so die Teamspielerin ist Weil das war eigentlich ihre Aufgabe Deswegen bin ich da rein Weil ich gehofft habe, dass da mir jemand entgegenkommt Dann Dann She should ride So Zack Ja Okay Hier bin ich Ja Okay Hier müsste ich safe stehen Ohne Probleme Tja Okay Das war easy Ich habe mich nicht ein Stückchen bewegt Nicht ein bisschen Also Äh Das war echt geil So So Jetzt Komm 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 Wo ist Pip? Da Erledigt Wir pushen mal weiter Wir pushen mal Komm mal hier durch Lex Ich bring dir da What? Ich habe nur was fallen gesehen So Und zwar mich Ja Also ich sag mal so Der Pip der halt gut Zumindest Sonst hat er den Der wichtig ist Mich Fuck War nicht nachgeladen So Hallöchen Und weg mit dir Erwischt So Schade Wäre ich rausgekommen Dann hätte ich den Den Eddie Old geschmissen Ja Ja Ist mir egal Jawoll Das war die Ult Schade Er behält sie trotzdem Jetzt bin ich gespannt Ob sie jetzt ihre Taktik ändern Weil müssten sie eigentlich Also sie müssten eigentlich Ihre Taktik ändern Dadurch dass ich halt Immer da stehe Ähm Und nix machen muss Um den Spot einzunehmen Müssen sie was ändern Sonst Ähm Haben sie da keine Äh haben sie ja wirklich Keine Chance Wenn das jetzt wieder so sein sollte Okay Also ich weiß schon wer der beste Tank sein wird Und ich geh auch ganz schwer davon aus Ich weiß wer der beste Healer sein wird Also der Pip hat Den Bro War da glaube ich Ganz hart Ausgebaut Na gut Ach shit So hallöchen Hab dich So Danke Easy Easy Ja gut Wenn man halt nicht auf den Spot geht Ist das halt so Der Deadpool 2,3,1 Jetzt mal lieber dafür gesorgt Dass man ein bisschen mehr heilt Und nicht so viel auf Äh Ich schmeiß meine Äxte Von so weit weg Wie es nur irgendwie geht Wie ich da unten einfach campe Ah da snackt er mich jetzt noch Ja Naja Scheißegal Der Eckenkämpfer Das war super ey Ja mit Ganz gut Also da wäre ich sowieso Bester Tank gewesen Glaube ich kaum Das ist da jemand 4 mehr Moment was Was ist denn das Was ist denn das Okay Kenn ich nicht Egal Leute Wenn es nicht gefallen hat Like Dann lassen wir Ihr auf jeden Fall freuen Ich glaube Da brauche ich nicht Groß was zu sagen Die waren einfach Kacke Und wir sehen uns Das nächste Mal wieder Bei Panda Den ist auch so rein Bis dahin Ciao ciao Bis dann